Und Tipps, die essen wir mal gleich. Die haben ja eigentlich auch noch, ähm, was zu trinken, aber das ist unfassbar, dass es echt nur eins heilt. Das ist wirklich, das ist wirklich echt wenig. Warte, wir haben ja gerade keinen Audiolog mitgenommen, oder? Nein, okay, gut. So, können wir da nicht hin. Noch weiter? Nee, hier geht's wieder runter. Okay, das war's. Das heißt, mehr als zwei Etagen gibt es hier nicht, oder? Nee, das war's. Okay. Gut, Frachthalle A. Ah, also hier haben wir uns schon mal alles angesehen. Das, ja, von da sind wir gekommen. Das ist da oben, kann der da hoch sprechen? Ja, doch, 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 er kommt da hoch. Gott, es kommt schon. Okay, da oben gibt es aber, glaube ich, nichts. Und wie Sie sehen, sieht Sie nichts. Oh, 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 was kann man hier machen? Protokoll Androidenlager. Was passiert denn, wenn ich das hier mal so platt mache? Okay, da kommt kein Android raus. Ah, dann kann ich sie kaputt machen. Aber das war jetzt gerade ein bisschen doof, weil wir gerade ein bisschen Energie haben, äh, verloren haben. Oh, oh. Puh. Puh. Ich habe mich schnell nach oben gerettet. Ich glaube, hier oben ist auch einer. Oh Gott. Boah, die Viecher sind böse. Nein, 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 nein. Meine Viecher. Machen Sie das bitte nicht noch einmal. Aber, die sind doch böse. Ich muss das doch machen, oder nicht? Oh nein, wir haben keine. Nein, habe ich noch eine piece. Ich spritze da. Tempospitze, shit. Wir suchen. Nein. Beeil dich. Lauf. Wir suchen. Oh, Mist. Wir suchen. Ja, was sucht ihr denn? Kann ich da auch? Oh. Du kannst dich nicht ewig verstehen. Doch, das kann ich. Boah, da wird man sich echt paranoid. Ich weiß gerade nicht, ob die unten sind oder oben. Nein. So. Naniten. Du bist frei. Ich bin frei. Und was ist mit euch? Seid ihr nicht frei? Ich erwarte das mal, aber Zeiten erinnern sich. Okay. Oh, ups. Das war nicht geplant. Ja, hier direkt unter uns müsste irgendwo noch einer sein. Wir suchen. Unter uns. Könnte auch sein, dass... Oh, nein! Ach, da ist der. Alter. Boah, das ist mies. Jesus. Äh. Äh. Ich weiß nicht, welches das letzte war. Laden? Dank. Ach, nö. Das ist doch doof. Ich muss ja wieder alles normal machen. Boah, das ist ärgerlich. Wenn wir hier 30 Jahre brauchen, ist das wie älter. Ach. Das ist voll in die... Voll in die falsche Richtung gelaufen. Du bist mir ja ein Düdel. Naja, ist nicht was mal positiv. Wir haben jetzt wenigstens immer noch alle Piesenspritzen... Äh, alle Ringsspritzen da. So, wir sind hierhin gelaufen. Und wir wissen jetzt auch, dass hier dieser Roboter ist. Dieser Wartungsroboter. Das heißt... Erstmal heilen. Hm. Tempospritze. Die Strahlungsspritze. Wir haben hier so viel... Ich glaube... Ich sortiere hier mal ein bisschen aus. Also das hebe ich mal noch auf. Aber der Rest ist, glaube ich, nicht so relevant für uns. Hier spricht Sanses. Könnt ihr nicht die Schönheit des Fleisches fühlen? Seht ihr euch nicht allein auf der Türenleide? Bewegt dich. Bewegt dich. Alter. Stopp. Ich will euch die ganze Zeit hängen. Ich will euch die ganze Zeit hängen. Wir sind sie jetzt tot. Komm schon! Stopp! Ja. Mann! Da! Boah, wir kriegen heute gar nichts mehr auf die Reihe. Verdammtes Spiel. Mann, was macht aggressiv? Okay. Ich werde hier einfach gleich noch einen Cut setzen und dann kriegen wir das besser auf die Reihe. Definitiv besser. Sowas von viel besser. Also bis gleich. Okay. Stopp. 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 Dann speichern. Speichern. Weiter. Und somit einen Funken mehr Konzentration. Boah. Meine Güte, das ist ja furchtbar. Wir stellen uns hier aber echt dem nicht an. Das muss man schon sagen. Das ist ja peinlich. So. Okay. Ich weiß jetzt nicht, wo das Viech gleich hinläuft. Ich muss das theoretisch irgendwie auch sagen sollen. Weil er halt direkt an der Wand stand. So. So. Ich möchte das nicht verlieren. Okay, warten, bis es... Das ist eine Lüge. Haha, wir haben es geschafft. So, so meinte ich das. So hätte es eigentlich... Das war mein Plan, wie es eigentlich hätte funktionieren sollen. Boah, jetzt hat es auch endlich geklappt. Meine Güte. Oh Mann, ey. Es tut mir echt leid, dass ich so nubig bin. So, gab es hier noch irgendwas? Also, da gab es hier noch... Oh, Naniten. Gibt es da noch was? Da gibt es, glaube ich, noch mehr Naniten. Vielleicht hätten wir auch ein bisschen hier oben drauf gucken können. Ähm, ich stelle jetzt nur die Frage, wie werden die da ran kommen? Ist eigentlich da oben was? Das sieht auch so einladend aus. Nee. Okay. Dann nehmen wir mal den Aufzug. Oh. Das war scheinbar der falsche Aufzug. Und... Auf geht's. So. Dann werden wir jetzt einfach mal zwar immer... Jede... Jeder noch... Jeden noch so kleinen Fortschritt... Ähm... Speichern. Damit wir jetzt immer mal alles immer auf den vorn machen müssen. Und... Zack. Dann schauen wir uns hier nochmal um. Was haben wir denn das? Oh, hups. Wir haben keinen Platz mehr. Achso, ja stimmt. Wir haben immer noch das. So. Oh, das wollte ich nicht. Dann nutzen wir das gleich. Und rüsten uns wieder mit unserem guten alten Eisen hier aus. So. Oh nein. Moment. Ah, genau. Ich wollte aber nochmal gucken. Steuergeräte anpassen. Wie kann man denn hier schnell speichern? Schnell speichern. Schnell speichern. Schnell speichern. S und alt. Aber schnell speichern. Was nehmen wir denn da? Wir nehmen einfach mal ein Q. Q? Geht das? Geht das? Q. Fertig. Und weiter. Okay. So. Das ist, glaube ich, ganz gut, wenn wir das so machen. So. Und dann geht sie da runter. Okay. Hier ging es aber hinten noch weiter. Wir können ja gleich die... Bitte treffen Sie Ihre Auswahl. Gelegenheiten nutzen. Ach, das haben die hier gar nicht. Die haben hier... Nur Riegel, das war's. Dann lassen wir das. Kann man damit irgendwas machen? Oh, ja. Automatisches Medikit. Ja, nice. Boah, das ist Glück. Das ist aber echt Glück. Boah. Warte, waren wir nicht hier? Sind wir von hier? Moment mal. Orientierung. Oh, nee. Hier waren wir noch nicht. Zugangskarte. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Warte, tun die mir echt nichts? Doch, die tun was. Oh Gott. Und wie die was tun. Los, hoch. Los, hoch. Wo ist er denn? Sir, wo sind Sie? Wo sind Sie? Da bin ich. Da bin ich. Da bin ich. Wo ist er denn? Wo sind Sie? Wo sind Sie? Wo sind Sie? Ja, ist auch gut so, dass du mich nicht siehst. Alter. Da nutzen wir mal gleich das Medikit. Kann ich Ihnen helfen, etwas zu finden? Was ist er denn mit mir? Das ist mir geht. Vielen Dank.